Im Kampf gegen einen schlaffen Bauch und widerspenstige Fettepus verhilft Ihnen absolut schön mit der Vibrationsfettabsaugung zu Ihrer Traumfigur. Frau Dr. Doris Valentin verfügt über SmartLipo, einer laserassistierten Fettabsaugung für eine sanfte und schonende Fettreduktion mit zusätzlicher Straffung des Gewebes. Mit SmartLipo lassen sich neben großen Fettregionen auch kleine Areale wie Ober- und Unterarme ideal behandeln. Die Kombination aus modernster Lasertechnologie und Lipolyseverfahren bewirkt nicht nur eine Beseitigung der Fettdepots, sondern auch eine Bindegewebsneubildung und somit eine Gewebestrafung durch die eingesetzte Laserenergie. Durch die minimalinvasive Methode werden kaum Bindegewebsgefäße verletzt, sodass es weniger häufig zu Hämatomen kommt als bei einer konventionellen Fettabsaugung. Bei der Fettabsaugung mit SmartLipo wird unter Lokalanästhesie eine kleine Kanüle in das Unterhautfettgewebe eingebracht. Die eingesetzte Laserenergie lässt dort die Fettdepots schmelzen. In einem zweiten Schritt werden die verflüssigten Fettzellen abgesaugt. Nach der Fettabsaugung sind die Patienten in der Regel schmerzfrei. 14 Tage muss ein Kompressionsmieder getragen werden. Das endgültige Straffungsergebnis ist nach etwa 8 bis 12 Monaten zu erwarten. Fettabsaugung 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 Fettabsaugung